Ein Wunder ist geschehen, wir sind schon da. Ganz viel Seide. Ähm. Nee. Because why not. Was mache ich mit der anderen Tür jetzt hier? Ich weiß es noch nicht. Ja, hier wird irgendwas Interessantes noch hinstellen. Guck mal, hier solche Lampen oder so. Das ist halt der Achievement Raum, so ungefähr. Ähm. Ich habe tatsächlich keine Verwendung momentan für diese große Tür. Das ist ein bisschen... Oh, hier fehlt uns auch noch eine Tür. Ah. Ich... Macht ja nichts. Die ist zu groß. Viel zu groß. Viel zu groß dafür. Okay. Ähm. Der Hocker ist eigentlich ganz nett. Hier auch nicht rein. Kann ich vielleicht hier unten so ein bisschen als... Deko platzieren. Sieht auch nicht gut aus. Na gut, habt ihr recht. Ja, hier sind noch Käfige drin. Hier sieht es noch ein bisschen kahl aus, ne? Kahl. Kahl. Wie sieht es aus? Kahl. Okay. Ich brauche... Fackeln bauen muss ich gleich mal bauen. Ich glaube, ich habe Holz auch irgendwo. Ich bin mir nicht sicher, wo. Hier ist ein Shit weggeworfen. Ich weiß es nicht. Egal. Ich stehe das gerade mit dem Sandtor. Wo soll ich das denn hinpacken? Ich muss natürlich hier hinpacken, ne? Oh nein. Die schöne Erde. Ich glaube, ich höre, ne? Zack, 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 zack. So. Unnötig groß. Stroh passt auch hierhin. Wunderbar post das hierhin. So in Inhof. Oh, hier komme ich ja total an die... An die... An die... Hier. Dings hier. Und die Tür kann ich jetzt nach oben packen. Ich beschäftige mich mit Sachen, die ich eigentlich gar nicht vorhatte. So, Weizen. Ach. Blöcke kann ich auch gleich nochmal... Wech. Sortieren. Wunderbar. Oh, hier oben. Ach komm. Irgendwo hier passt noch eine Statue hin. Aber hier stehen schon ganz viele. Blockiert uns hier den Weg. So. Gut. Äh, die Blöcke wollte ich noch weg sortieren. Nicht hier. Und hier, sondern hier. Die Blockos. Zack. Nein, der bleibt. Der kommt weg. Der kommt weg. Der kommt weg. Kristalle und so. Ja, ja. Aber rote Portalsteine habe ich ja auch noch zwei. Die behalte ich nochmal kurz, weil ich nicht weiß, ob wir davon noch welche haben. Kann sein. Nein, 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 nein. Ein Möbel. Wo ist ein Inventar? Oh, ne Scheiß. Unser Inventar ist so schnell so wieder voll, ne? Ja, zack. Mit vier. Ja, zack. Da haben wir auch noch mehr ganz viele. Was ist das? Ein Starker? Ja. Nehmen wir mit. Hier haben wir auch noch Bomben. Bomben. So. Okay, wir hätten noch welche. Von denen hier auch unendlich viele. Was sehr schön ist. Ach ja, und Fackeln. Fackeln. Nope. Tada. Kohle. Ich glaube, Holz brauche ich noch dafür, ne? Ich habe hier auch extra noch einiges an Bäumen gepflanzt. Oh, wie schön. Die ganzen Falter. Hä, was ist da denn? Ach, ist ein Eingang für eine Mine. Mach keinen Stress. Ich will keinen Ärger. Ist halt bestimmt der einmöglichen Scheiß dabei. Oh, boah, Alter. Wolle will doch keiner haben hier. Okay. Okay, was? Okay. Ach, Baumwolle brauche ich. So ein Scheiß. Ich glaube, ich brauche Kohle. Baumwolle. Unser erster Map, wo wir gewohnt haben, war... Junkers Hügel. Äh, ist mit unserem Map nicht irgendwas mit Junker? Ne, Joren. Äh, was waren unsere... Ah, 1-3 war das, ne? Finken fort. Heißt... Die heißen auch anders jetzt, oder? Die heißen aber anders. Das Reisen bleibt euch nicht erspart. Es tut mir leid. So, sind wir schon da? Nein. Warum nicht? Warum nicht? Sehen wir, wenn sie ein bisschen Baumwolle... Ich dachte, ich hätte das noch in gewaltigen Mengen, aber schauen wir nicht. Äh. Ich glaube, ich setze mal von denen hier. Ein paar. Ach ja, da haben wir auch noch unser... ...gewaltigen Vor... ...unser gewaltigen Vorrat gehabt. Den wir nie angezapft haben. Den wir schon vorher genug hatten. ...wird zu viel gesammelt, glaube ich, so ein paar Bäume mit. Ähm... ...wird nicht... ...wird nicht... ...wird nicht. Ähm... ...crafting... ...fuck it... Und die hier vielleicht auch noch. Soll er nicht hier kaputt gehen. Das Ökosystem. So. Muss ich tatsächlich wieder nach Hause. Nach Jorens aus. Das hieß doch anders. Was soll's? Ich will mal versuchen, keine Gedanken mehr darüber zu machen. So. Nochmal artikulieren. Richtig die Sachen aussprechen. Nicht mal nuscheln. Nuscheln kann ich gut. Nuscheln kann ich gut. Nuscheln kann ich sehr gut. Was ist das eigentlich für ein Ding hier? Ach, das ist das Schutzding. Ja, ja, richtig. Ich brauch den Skittiertisch. Äh, falsch. Möbel, ja. Nein. Ihr... Äh. Weißt du, was ich mache? Es tut mir zwar leid dann für mich, aber... Machen wir so, dass ich die hier auch mitnehme. Dann habe ich wieder... Oh. So. Eisen. Ne. Ach, das ist die falsche, oder? Hm. Okay. Ich glaube, das ist die falsche. Das ist die falsche Map. Auch zum Tempel. Jetzt bin ich aber auch gespannt, was da auf uns wartet. Was, wenn wir das Fischern? Okay, ich werde jetzt aber tatsächlich mal wieder ein paar von den Fischern fertig machen, damit ich noch ein paar pinke Glöcke rauskriege. Oh, der lebt ja, oh Gott. Der ist auch hier. Nicht sterben. Okay. Hätte ich fast vergessen. So. Unser Treppchen gen Himmel. Und nicht weiter. What? Ach shit. Dreckspässer. Hast du jetzt davon, ne? Ich hätte die eine Statue nicht zerstören sollen. Ich dachte, wir kriegen die, aber das haben wir nicht. Shit, die sind auch wieder da. Ja. Aber immerhin bringen die ein bisschen was. Was hier unten drin, aber haben wir noch so ein zweiter Hochgang. Hier steht doch auch irgendwo einer. Da. Ja. War wohl nix. Hohohoho. Binne. So, wo ist der Typ hier oben? Da. Shit. Ach, der ist tot. Oh. Hm. Wo ist er? Da. Schön. Hätten wir auch woanders klauen können die Dinger, oder? Huiiii. Was hui? Huiiii. Gut gemacht. Kannst du jetzt bitte hineingehen und nach dem Kaiser sehen. Ja. Ja. Hm. Talala. Haha. Klassisch. Klassisch von Hui. Okay. Oh, das ist so viel besser. Aber unser Kopf, unser Kopf ist immer noch voll von grauen Folgen Schmerzen geplagt. Ach, kriegen wir auch noch eine Belohnung hier. Was begehrt der Portalwetter von uns? Unsere Kopfschmerzen sind unerträglich. Seit diese schrecklichen Monster in unseren Keller eingedrungen sind, haben wir eine kaiserliche Migräne. Die grauen Folgen Lampen und sogar das unerträgliche Leuchten des Portals anzuschauen, hat uns nicht geholfen. Bitte tut etwas. Ihr sollt großzügig belohnt werden, solltet ihr Erfolg haben. Erfolg ist allerdings kleingeschrieben, also... Naja. Müssen wir mal sehen. Ja. Erfolg ist ja auch nicht alles, deswegen ist es wahrscheinlich kleingeschrieben gewesen. Wo muss man hin? äh, Dorle Keller, so wie ich das jetzt verstanden habe. Ist hier der Keller? Geht's hier noch weiter in den Keller? Ist hier irgendwas? Ne? Nicht? Ok, hier sind eine Million Vasen, oder was? Du sagst mir, wo ist denn hier? Gehen wir mal rum. Und treffen gleich den Ambongo. So. So, hier war noch einer, oder? Und ich schaue nicht der Keller. Finde die Ursache. Hält mich dabei. Neu. Oder ist das woanders? Nicht hier. Auf der Map. Bin mir nicht sicher. Ja. Oh, what? Ach, da ist er. Verdammt. Wollen wir es eigentlich für eine schöne Tür hier? Oh. Oh. Kann ich die eigentlich schon platzieren? Oder passiert denn nichts? Okay. Geht nicht. Zu. Schade. Achja. Hier geht's ja auch noch lang. Natürlich, natürlich. Da. Das habt ihr jetzt davon. Ambongos oder wer auch immer ihr seid. Haben wir noch irgendwas übersehen? Äh. Außer vielleicht ein paar Vasen, die wir jetzt stehen lassen. Weil wir ja gute Leute sind. Haha. Oh, ist einfach nur nachgemacht. Von dem anderen Fluch, der ist bei Ketiris oder wie hieß er? welches Prinzip. Na gut. Ist ja erstmal nicht schlimm. Entschuldigung, Herr Kaiser. Äh. Entschuldigung. Herr Kaiser. Heureka. Es geht uns bereits viel besser. Es sei euch gedankt. Ihr sollt nun uneingeschränkten Zugang zu unseren geliebten. Feldern der Balance halten. Was? Was? Geil. Oh, cool. Jetzt haben wir schon zwei Drachenhaustiere. Hehehe. Warum hat der eigentlich keinen Thron, den wir uns haben? Das klauen können. Heureka. Heureka. Brutale sehen auch schöner aus, ne? Die haben nicht nur die gleiche Farbe, sondern sind jetzt auch wirklich in irgendeiner Form als Spiegel zu sehen. Für die kommende Welt, die wir betreten werden. Das ist noch nicht die einzige Tempeltür, die es gibt. Felder der Balance. Überspringe ich auch mal kurz. Geil.